Die Welt ist bunt und vielfältig. Das ist natürlich auch in Deutschland so und lässt sich ganz klar mit Zahlen belegen. Im Norden fällt weniger Schnee, im Süden wird mehr Weißbier getrunken. So verhalten sich auch Konsumenten nicht überall gleich, zum Beispiel beim Schuhkauf. Die Ausgabebereitschaft für Schuhe variiert regional sehr stark. Gleichzeitig verteilt sich auch die Mediennutzung nicht homogen über das ganze Land. In den ostdeutschen Bundesländern ist die TV-Nutzung zum Beispiel deutlich höher als im Westen. Um diese Unterschiede zu identifizieren, nutzen wir eine Vielzahl an Datenquellen. Mediastudien, Kundendaten, amtliche Statistiken bis hin zu Kfz-Zulassungen und Wetterdaten. Mit geostrategischen Tools arbeiten die Data Scientists bei Pilot neue Erkenntnisse heraus. Auf einer Gebietsebene, die zehnmal genauer ist als die Postleitzahl, die PLZ 8. Auf Basis dieser Analysen richten wir auch unsere Mediastrategien sehr gezielt und effektiv aus. Wir sind damit beispielsweise in der Lage, lokale Werbung wie etwa Prospektbeilagen, Out-of-Home oder sogar TV-Spots genau dort auszusteuern, wo die Wahrscheinlichkeit für einen anschließenden Kauf am größten ist. Zudem bewerten wir anhand der Gebietsanalysen auch Absatzpotenziale einzelner Standorte oder ganzer Verkaufsgebiete und beraten unsere Kunden bei Neueröffnungen oder in der Kommunikation mit Vertriebspartnern. Am Ende sprechen die Ergebnisse für sich. Wir optimieren nationale wie auch lokale Maßnahmen und erhöhen die Werbewirkung in genau den Gebieten, die besonders relevant sind. So erzielen wir mehr Umsatz bei gleichem Geld und ermöglichen unseren Kunden, ihre Marketingbudgets für zusätzliche Maßnahmen zu investieren.